hallo guten tag mein name ist paul dillinger ich arbeite für die deutsche telekom und ich stehe hier auf einem berg in brandenburg hinter mir eine funk antenne da ist sie ein paar worte möchte ich verlieren zum projekt skywalker da gab es ja was zu gewinnen und zwar folie entweder eine so eine große oder eine so eine folie to go und ihr fragt euch vielleicht was soll ich damit ganz einfach also uns mal zu demonstrieren wenn ich jetzt sage hier das beste netz ist überall ja kann man natürlich glauben wenn ich diese folie auflege hier auf die kamera ein bisschen mit finger hammer ja das beste netz ist überall genauso gut kann natürlich fotos machen das macht spaß und es haben insgesamt knapp 50 menschen mitgemacht also kommentar hinterlassen und unter denen werde ich diese kleinen und auch ein paar von diesen ganz großen die kann man sich ans home office hängen vor die lampe beispielsweise verlosen danke fürs mitmachen und ich freue mich aufs nächste projekt bis dahin